Dann holte ich noch einmal Tiefluft und sprang schreiend in den Fluss. »Was schlackern Sie denn so?« Irritiert blickte ich zum Holzsteg, von wo aus eine sonnengegerbte ältere Dame im DHL-farbenen Einteiler ungefragt meinen Schwimmstil zu analysieren schien. »Was schlackert denn?« brustete ich. »Na, Ihr rechtes Bein schlackert, als hätten Sie gar keine Kraft drin, oder haben Sie eine Behinderung, dann tut's mir leid.« Inzwischen hatten sich zwei kleine, bierbäuchige Herren mit Blockwart-Schnauz- und Pimmelzeigerhosen zu DHL gestellt. »Der schlackert doch, oder?« fragte DHL die Pimmelzeiger. »Und wie der schlackert?« bestätigte Pimmelzeiger eins. »Und die Arm zieht er auch nicht durch. Hat er vielleicht eine Behinderung?« »Hob ihn schon gefragt.« »Hat gesagt, na.« »Ja, muss er ja aber haben, wenn er nicht vom Fleck kommt.« Einen ganzen Meter hatte ich nun schon hinter mir. Die drei Sportkommentatoren blieben in meiner Nähe. »Nicht, dass er in die Turbinen treibt, dann schalten Sie das Kraftwerk wieder ab.« »Treibe nicht in die Turbinen!« gurgelte ich Richtung Kommentatorenbox. Endlich war Ruhe. Sie hielt gute drei Sekunden und wurde von einer neuen, mir unbekannten Frauenstimme unterbrochen. »Sein linker Arm sieht aus wie taub,« DHL ergänzte. »Und jetzt hat's schauen Sie mal auf sein rechtes Bein?« »Das schlackert doch, oder?« rief die Frau, wahrscheinlich eine Studentin, und fragte die Pimmelzeiger. »Warum springt er denn nicht oben rein und lässt sich runtertreiben wie alle mit Behinderung?« »Ich habe keine Behinderung,« gurgelte ich, doch es verhalte ungehört. »Natürlich hat er Arne, oder er ist ein Tourist,« behauptete DHL und ließ sich seine Behauptung quittieren. »Vielleicht gehört er zu so einer Flusskreuzfahrt und Sie haben ihn vergessen,« mutmaßte die Studentin. Ich platzte vor Wut. »Ich bin kein Tourist, ich habe hier studiert.« »Ja, aber nicht fertig, Sie haben doch abgebrochen.« »Woran wollen Sie das nicht wissen?« »Ich arbeite im Sekretariat von der Uni, und Sie sind der Jaut.« »Der Schriftsteller?« fragte einer und ein anderer. »Dann haben Sie das Buch vom Kerkeling geschrieben?« »Nein, das hat der Kerkeling selber geschrieben,« erklärte die Unisekretärin. »Wer ist denn der Kerkeling?«, fragte ein kleines Kind. »Das ist der mit dem Känguru,« antwortete der Fimmelzeiger Blockwart. »Und der hat das Buch vom Jaut geschrieben,« fragte DHL. »Jetzt treibt er Richtung Turbinen,« rief die Studentin. Kurz vor dem Wasserkraftwerk näherte sich ein Motorboot und zwei kräftige Rettungsschwimmer zogen mich aus den tobenden Fluten. Aus Scham ließ ich mich einen Kilometer vom Hainbad entfernt ans Ufer bringen und lief in meiner Früchtebadehose bis zum Hotel, wo die elektrischen Schiebetüren ausgefallen waren und ich nur über den Hintereingang und die Treppe auf mein Zimmer kam. Per Handy erreichte ich meinen Freund Stefan. Ich fragte ihn, ob er sich als ehemaliger Vereinsschwimmer morgen mal meinen Schwimmstil ansehen könne. Er klang gestresst. Ein stadtweiter Stromausfall habe für ein heilloses Durcheinander in der Brauerei gesorgt und alle rannten kreuz und quer und maltretierten ihn mit saudummen Fragen. Aber morgen hätte er sicher Zeit für eine Schwimmstunde mit mir. »Wo mag's denn hin? Hainbord oder Schwimmverein?« Ich entschied mich für den Schwimmverein. »Wo mag's denn hin?« »Wo mag's denn hin?« »Wo mag's denn hin?« »Wo mag's denn hin?« »Wo mag's denn hin?«